Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly und heute gibt's ein weiteres Erklärvideo. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit dem Rostdiodesod... Die Momente, wenn man das Video von vorne wieder anfangen möchte. Den Rostdesoxidierer. So rum. Also, wie wir alle wissen, Rost ist Eisen in Verbindung mit Sauerstoff. Zack. Habt ihr alle die Chemie mal gelernt? Kaum. Sechste, siebte, achte Klasse, keine Ahnung, wenn man die Chemie zusammenkommt. Also, die berühmte Oxidation von Eisen. So, das Ganze kann man auch wieder zurückführen. Und hier ist das in dem Sinne der Fall, indem wir das Ganze nämlich machen, indem wir Salz dazugeben zu dem Rost und dabei Chlorgas gewinnen und Sauerstoff plus Eisen. So, das benutzt man in Uni eigentlich relativ selten, muss man sagen. Aber, ähm, es gibt vielleicht Fälle, wo man Eisen, wo man nicht genug Eisen hat. Oder, ein besonderer Planet, wo so viel Rost da ist und du sonst keine Möglichkeit für eine Sauerstoffproduktion hast. Deshalb zeige ich euch jetzt ein einfaches und leichtes Setup. Es ist nicht mein Setup. Wer es erfunden hat, bin ich mir nicht sicher. Kann ich nicht sagen. Aber ich finde es sinnvoll, weil es sehr platzsparend ist, ähm, weil es nicht viel braucht. Und weil es euch halt im Fall helfen kann. Und ihr halt das Ganze mitmacht und so. Das ist die ganze Logik dahinter. Also, wir haben hier den Rostdeodonizer. Wie ihr seht, habe ich den unter eine Flüssigkeit gesetzt. Ihr kennt das Prinzip. Ich zeige euch jetzt mal nur die Flüssigkeiten an. Ich habe hier unten Nabta genommen. Ihr könntet aber auch irgendetwas nehmen, was schwerer ist als was. Ja, ich bin live. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt die, ähm, die Aufnahmen für die Erklärvideos live. Mr. McKell, vielen lieben Dank für den Subscribe zum ersten Mal. Du hast es sogar in das Erklärvideo geschafft. Gratuliere. Das heißt, du kannst dir das bei YouTube jetzt irgendwo mal anschauen. So, also gehen wir zurück. Wir brauchen hier eine Flüssigkeit, die erstmal schwerer ist als Wasser. Ihr könnt Salzwasser nehmen, ihr könnt Öl nehmen. Egal was. Ne, ihr findet was. Die tut ihr runter. Da muss nicht viel. Das kann auch ein Kilo sein. Das kann zwei Kilo sein. Hauptsache, der Boden ist bedeckt. Darauf tut ihr deine Schicht Wasser. Nicht viel. Ihr seht, wenn ich hier aus der Ansicht rausgehe, hier sieht es nicht so aus, als wäre viel Wasser. Aber ich habe euch schon mal gesagt, es kann immer nur ein Aggregatzustand auf einem Teil sein. Entweder es ist ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Feststoff. In dem Fall ist es hier jetzt eine Flüssigkeit. Das heißt, wir haben hier eine Verdrängung. Hi Jesse. Schwimmt Öl nicht auf Wasser? Ist ja Nabta. Darum habe ich Öl ja hier oben hingetan. Aber das ist was anderes. Nabta ist ja Plastik. Und jetzt haben wir hier das schöne Vertrennungsprinzip. Das heißt, wenn diese Rostdioxid loslegt, stößt ihr gleichzeitig Sauerstoff und Wasserstoff ab. Das kann er aber in diesen vier Feldern nicht. Weil, wie schon gesagt, es kann immer nur ein Aggregatzustand herrschen. In dem Fall habe ich hier die Vieren. So, hier ist jetzt auch Feststoff. Das ist scheiße. Und hier ist Feststoff. Das heißt, er hat drei Felder, wo er hin kann. Das heißt, er tut also seine Gase jetzt aus. Beim Bau achten wir darauf, dass hier in diesem Bereich Sauerstoff vorhanden ist. Das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gastechnisch, ist hier Sauerstoff. Das heißt, hier kann kein Chlorgas hin. Denn in diesen Feldern hier überall, wo er ist, ist kein Platz dafür. Aber hier war Platz. Hier war ein Vakuum genau zu sein. Also hat er das Chlorgas jetzt hier hingedrückt. Was jetzt passiert ist, wenn er jetzt loslegt und die Gase austeilt, geht der Sauerstoff automatisch nach oben hin. Ihr seht, der exploitet sich. 14,7 Kilogramm zu 700 noch was, was hier war. Und hier exploitet er das Chlorgas auch. Er produziert bei weitem mehr, ihr seht das, er produziert 30 Gramm Chlorgas pro Sekunde, aber 570 Sauerstoff. Plus noch zusätzlich 400 Gramm Eisenherz pro Sekunde. So, damit ich das Ganze ein bisschen safer habe, ist der einen oder anderen aufgefallen, habe ich hier noch einen Tropfen Rohöl hingelegt, um festzustellen, naja, ich könnte den ganzen Raum überexploiten, wäre möglich. Aber ich habe gesagt, ich möchte nur diesen Bereich haben. Und darum habe ich hier ein kleines Liquid Gate hingelegt, also ein Liquid Lock hingelegt, in dem ich einfach da einen Tropfen Plastik hingestellt habe. Plastik wurde schon bemerkt, ist schwerer als Wasser. Also selbst wenn das mal verrutschen sollte, habe ich hier immer noch einen Lock. Das würde auf dem Wasser schwimmen. Hätte ich also irgendwie noch eine Chance. Wenn nicht, well, shit happens. Mir geht es darum, dass hier oben der Sauerstoff ist und hier das Chlorgas. Weil das Chlorgas ist schwerer als Sauerstoff, dementsprechend nach würde es hier unten liegen und der Sauerstoff hier oben. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht, wenn es läuft. Und zwar so. Ihr seht hier, der verbraucht und produziert. Hier oben der Sauerstoff, man sieht das vielleicht ein bisschen. 16,1, 16,2, 16,3, während ich hier die 718 Gramm habe. Hier, Chlorgas steigt nur ganz langsam an. So, aber er stößt ja auch noch gleichzeitig Eisenerz aus. Und da ich nicht möchte, dass meine Duplikanten hier die ganze Zeit sich dahin begeben und das Ding befüllen oder das Eisenerz rausholen, habe ich hier einen Rheuma hingemacht. Ihr seht ja hier die Reichweite vom Rheuma. Er kommt an diese vier Behälter ohne Probleme ran und er kommt hier dran. So, was jetzt passiert ist, dass der Rheuma sich hier das Eisenerz rausholt. Und dann, hier habe ich ein bisschen Salz drinne und hier habe ich Rost drinne. Halt die Maschine auffüllt. Mal gucken, ob das Eisenerz wieder die Maschine auffüllt, wenn ich nicht da bin. Ich gebe mal ein bisschen Kitt. Mal schauen, Rost geht gleich zu Ende, ist gut. Ich bin gerade nicht sicher, was zuerst alle wird. Boah, ich glaube, Salz hat er 100 Kilogramm, Rost hat er 300 Kilogramm. Also, ich möchte halt nicht, dass meine Duplikanten was machen, außer, ich lasse jetzt einfach laufen, ist ja egal, außer maximal hier reingehen und sich das Eisenerz holen oder die Kanister hier voll machen mit Salz und Rost. So, das ist das Maximale, was ich möchte, was meine Duplikanten machen. Ihr habt aber ein Problem und zwar, das Ding produziert Wärme. Diese Wärme muss irgendwo hin. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, entweder a, ihr kühlt sie separat durch ein Kühlungskreislaufsystem, wo auch immer ihr gerade eins angeschlossen habt und ihr sagt, ich kann da locker noch was abgewinnen. Und dann kühlt ihr das hier mit ran. Bedenkt bitte an den Gefrierpunkt den unterschiedlichen Flüssigkeiten. Das solltet ihr im Auge behalten. Oder ihr sagt, ey, der Sauerstoff, der hier ist, 50 Grad, reicht mir aus, dann würde die Möglichkeit bestehen, den Sauerstoff hier abzupumpen und hierüber nochmal die Hitze aufnehmen zu lassen. Ne, dass also der Sauerstoff einfach die Hitze raus transportiert. Das ist kein Setup, was sich selber kühlt. Da war nicht vor. Das ist kein Setup, was sich selber kühlt. Entweder a nehmt ihr den Sauerstoff, den ihr abpumpt, oder ihr führt ein anderes Gas durch, das das kühlt. Dieses Setup kühlt sich nicht selber. Und der effizienteste Weg, ein Gas zu kühlen, ist technisch ein Flüssigkeitsbad. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Flüssigkeitsbad mit Salzwasser vorbereitet. Und ich habe hier den Sauerstoff erstmal vorbereitet. Ihr seht hier, der hat 50 Grad. Und wenn er hier raus geht, okay, ist jetzt hier noch ein bisschen kühler. Weil die Flüssigkeit noch ein bisschen kälter ist. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es darum, wir haben hier, sagen wir, 50 Grad Sauerstoff. Und den schicke ich jetzt hier durch Salzwasserbad. Und ihr seht, wir sind hier schon bei 20 Grad, bei 18 Grad und kommen hier raus bei 16 Grad. Diese Flüssigkeit kann lange, lange und sehr viel Temperatur aufnehmen. Es dauert ewig, bis ihr Flüssigkeit hochgeheizt habt. Das ist eine effiziente Kühlung. Ihr könnt später logischerweise diese Flüssigkeit immer noch kühlen mit einem Kühlkreislaufsystem. Indem ihr dann einfach halt logischerweise hier Rohre hindurchzieht. Aber denkt bitte dran, der Sauerstoff, der hier rauskommt, der ist warm. Und der muss irgendwie gekühlt werden. Das Setup könnt ihr kühlen, indem ihr das, wie gesagt, hier dafür Sorge tragt, dass der hier nie groß überhitzt. Dass die Hitze immer hier rausgenommen wird. Und abgetragen wird. Aber bedenkt bitte dran, den Sauerstoff nachher separat zu kühlen. Das wäre eine Möglichkeit hier. 49 Grad, runter auf 16 Grad, indem ihr einfach ein Flüssigkeitsbad macht und es rauspumpt. Nimmt Süßwassertemperatur nicht schneller auf oder hat Salzwasser einen höheren Siedepunkt? Korrekt, das ist der sogenannte Osmolaritätswert-Keks. Wasser ist schon gut. Schmutzwasser oder in dem Fall Sohle ist sogar noch besser, weil es einen niedrigen Osmolaritätswert heißt. Das heißt, ich kann die Flüssigkeit höher kühlen. Aber, was du jetzt ja meinst, ist jetzt in dem Fall, sehen wir hier, eine spezifische Wärmekapazität von 0,15 oder 4. Und wenn ich jetzt hier aufs Wasser gehe... Mach mal. Wasser hat halt eine Kapazität von 4, noch was und eine Leitfähigkeit von 0,6. Leitfähigkeit 0,6 zu 0,6. Das ändert nicht viel. Kapazität hat Wasser 4,1, während Salzwasser auch das gleiche hat. Also es tut sich nicht viel. Das einzige Unterschied ist, siehst du, der Gefrierpunkt ist minus 7,5 zu 0,6 Grad. Das heißt, Salzwasser könnte ich separat noch weiter runterkühlen. Also wenn ich ein Kühlsystem habe, hier durchleite, könnte ich Salzwasser rein technisch noch weiter runterkühlen, um sicherzustellen, dass hier der Sauerstoff noch stärker runtergekühlt wird. Aber wie gesagt, ihr braucht ewig, um dieses Salzwasser runterzukühlen. Das ist eigentlich ein cooles Setup und das würde ich mit euch jetzt einmal kurz nachbauen, damit ihr auch seht, wie es funktioniert. In dem Fall ist das Prinzip relativ simpel. Wir bauen uns jetzt erstmal ein Kästchen. Ich bin natürlich im Sandbox-Modus, dementsprechend nach geht da vieles leichter. Daher nicht wundern. Ihr baut euch also erstmal einen Kasten, indem ihr den hier reinsetzt. Und wichtig ist, dass ihr dann an diesen Kasten hier erstmal deinen hinsetzt. So, um diesen Kasten drumherum wird jetzt gebaut. Und zwar der nächste Kasten. Hier kommt die erste Pumpe rein. Hier möchten wir ganz gerne, und das ist auch der Grund, was wir nachher machen, hier setzen wir jetzt auch Flüssigkeiten rein. Wie man Flüssigkeiten reinsetzt, solltet ihr wissen, wenn nicht erkläre ich euch das gerne nochmal, da kommt ein Flaschenentleerer hin. Ne, bam, macht ihr erstmal irgendeine andere Flüssigkeit. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel auch ohne Probleme Sohle nehmen. Sohle ist schwerer als Wasser. Pinseln wir mal eine Runde. 100 Kilogramm ist mal ein bisschen viel. Wir machen mal... Okay. Ich mach mal ein bisschen mehr. So, hier hab ich jetzt ein bisschen Sohle. Das kann ich euch hier nochmal im Flüssigkeitsoverlay zeigen. Und dann würde ich jetzt rein technisch Wasser nehmen. Pinseln wir, machen wir mal ein Muster Wasser. So. Da pinsel ich jetzt ein bisschen Wasser hin. Zack. Und jetzt müsste ich hier Wasser haben. Genau, so. Jetzt sehen wir, haben wir hier zwei Flüssigkeiten. Einmal ein Salzwasser und ein normales Wasser. Wie ihr jetzt ein Vakuum erzeugt hier drin im Raum, ist relativ easy. Ihr müsst halt das Zeug einfach nur rauspumpen. Ne, also entweder A, baut ihr es so, dass ihr ein Vakuum automatisch drin habt. Oder B, ähm... Wo ist das DevTool? Oh, pass hier. Egal. Oder B, ihr tragt dafür Sorge... Hm, hab ich den hier angeschlossen? Kein Stromkabel verbunden? Hä? Ach, warte mal. Gaspumpe Stahl. What the fuck? Achso. Ich sollte, äh, auch laufen lassen. So. Was ich jetzt mache in der Zwischenzeit, pumpe ich hier schon mal ein Vakuum rein. Und kümmere mich dann um den nächsten Bereich. Hier oben kommt dann die nächste Pumpe hin. Die muss dann genau hier drüber. Und dann ziehen wir hier auch wieder einen Kasten drumherum. Allerdings lassen wir uns jetzt eine Lücke frei. Wenn ihr das geschafft habt, kann der hier weg. So. Und ich habe jetzt hier ein Vakuum drin. Das war genau das, was ich wollte. Ich entferne den jetzt hier. Und baue dann weiter. Ich finde es ganz praktisch, wenn wir hier zwei Bereiche haben. Also. Lagerflächen. Nicht Bereiche. Entschuldigung. Mein Ausdrucksfehler. So. Weil ich brauche ja Kapazitäten, wo ich was hinstellen kann. In dem Fall halt. Warte mal. Ich muss gerade die Einstellung einmal übernehmen. Damit geht es schneller. Zack. So. Und das ist einfach nur ein Lager für Eisen. Weil das dauert ein bisschen. Verbrüchung. Ist mir gerade egal, wer stirbt. So. Und irgendwer muss das Eisen ja hier rausholen. Dementsprechend nach macht das für uns ein Räumer. Denn der Räumer kommt, wenn ihr den hier hinstellt, wunderbar dran. Allerdings kommt hier jetzt oben kein Duplikant hin. Darum müssen wir einmal ein Leiterteil dahin stellen. Dieses Leiterteil sorgt dafür, dass die Duplikanten sich draufstellen. Und dann in der Höhe von zwei hier alles erreichen. So. Auch hier. Salzwasser sollte auch einen höheren Siedepunkt haben. Merkst du beim Kochen. Korrekt. Das ist ja wie gesagt der Osmolaritätswert. Warte mal. Sehe ich auch hier. Wärmeleitfähigkeit. Habe ich Temperatur. Warum war das denn? Schmelzpunkt. Das ist die Radiatorleitung. Salzwasser. So. Der Gefrierpunkt und der Verdampfungspunkt ist 99,7. Während er bei Wasser 99,4 ist. Also etwas leicht höher. Das Salz ist übrigens tatsächlich nicht das Problem. Es sorgt eher für die Osmolarität. Der Siedepunkt ist nicht so wirklich treffend. So. Wir legen jetzt trotzdem erstmal gerade hier die Kabel. Das ist das Dev-Tool. Daher nicht wundern. Der Räumer räumt. Das ist gegeben. Der macht. Ich mache hier noch eine Tür rein, weil ich das ganz gerne abschließen möchte, das System. Dass mir da nicht allzu viel passiert. Denn wir haben jetzt ja folgendes. Wir haben hier drin Sauerstoff und ich habe hier drin noch gar nichts. Das heißt, das Clogas hat keine andere Wahl, als da hinzugehen. Wir können hier jetzt ein Liquid hinstellen. Das ist möglich. Moment. Ich muss mal gerade eine Runde pinseln. Salz fest. Ich brauche nämlich einmal gerade Salz. Damit der Räumer das bekommt. Ja. Wird lustig gemacht. Salz. Und was brauche ich noch? Rost. So. Da haben wir Rost. Ich brauche ja nur was zum Anschmeißen der Anlage. Apropos diese Anlage, tue ich gerade erst mal deaktivieren. So. Und runter damit. So. Es ist jetzt wichtig, dass er jetzt anfängt, das hier einzusortieren. Würden natürlich die Duplikanten reinbringen. Aber darum geht es jetzt nicht. So. Machen wir ein bisschen schneller. So. Jetzt habe ich hier was zum Starten. So. Wie gesagt. Was jetzt passiert ist. Ich brauche diese Flüssigkeitstropfen nicht. Den erkläre ich euch halt einfach nochmal. Der trägt aber nur dafür bei, dass wir zwei Atmosphären haben. Wenn ich den jetzt anstelle, werden wir das jetzt gleich sehen, dass er hier anfängt. Ich werde mal extra die Gase einblenden. Und jetzt seht ihr automatisch das Chlorgas hingegangen. Weil er hatte keine andere Wahl. Weil sich hier oben jetzt Sauerstoff aufstockt. Er hatte nur die Wahl hier hinzugehen. Wir müssen hier kein Liquid Lock legen. Ihr könnt es aber machen. Ne. Also es ist möglich diesen einen Tropfen da hinzulegen. Dadurch stelle ich dann halt nur sicher, dass ich hier wie ihr seht. Jetzt habe ich hier 2, 3, 2, 4, 2, 1, 3. Dass ich einfach das ein bisschen aufkonzentriere. Weil hier der Sauerstoff nicht schräg rüber kann. Das heißt. Das ist kein Must-Have dieser Tropfen. Kann man aber machen. Ne. Also so baut man das. Relativ simpel. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Das Eisenerz wird jetzt hier reingestellt. Darum habe ich 2 Kisten drin. Damit die Maschine nach und nach das ohne Probleme füllen kann. Würde wahrscheinlich auch ein einziger reichen. Ihr habt aber ein Lager für Salz und für Rost. Und das läuft jetzt von alleine. Wichtigste. Denkt bitte daran, liebe Leute. Das Gas zu kühlen. Weil es kommt halt heiß raus. Und das wollen wir nicht. Also entweder A schiebt ihr es durch den Liquid Tank. Und ihr müsst halt aufpassen, dass das irgendwann mit der Zeit nicht überhitzt. Ne. Dauert zwar lange. Aber das sollte nicht außer Acht geliehen werden. Ich finde die Lösung hier noch am charmantesten. Damit stelle ich auf jeden Fall sicher, dass die Flüssigkeit da unten nie heißer ist als hier oben. Guck mal. 53 Grad. Ich kühle sogar noch hier unten ein bisschen ab. Aber sollte das hier unten mal heißer sein als das hier oben, nehme ich das auf jeden Fall mit. Ne. Den Rat gebe ich euch. Eigentlich ein cooles Setup. Ist nice. Ist klein. Und solltet ihr den Rost-Dioxidierer mal brauchen, ist das glaube ich mit das Beste, was ihr tun könnt. Ohne groß Aufwand zu haben. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Erklärvideo. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Sly. Ciao. Ciao. Ciao.